Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Granter, haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs? Hallo! Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Hallo von mir aus. Hallo von mir aus. Hallo von mir aus.